Willkommen Bürger und Scharlatane zu Let's Play Jacket Iron 2 Ich werde heute mal einen Doppelwumms starten, um mal eine gewisse politische Aussage zu treffen Und werde heute mal zwei Folgen machen, da ich das halt nicht geschafft habe und auch nichts vorbereitet hatte Und dann setzen wir mal fort, wir waren ja hier im Cliffhanger gewesen, im Kampf mit dem B-Team Gegen die Leute hier, gegen Dardanas Truppen, genau Wo ist Mattog, Mattog ist hier Stark, der ist kritisch, ok, komm mal ihn weg Kann sich richtig sehen, ok Gut, Scully Scully ist hier so Quanti, Quanti, versuch mal ihn zu erwischen Quanti, sie ist ihn ok Und verfehlt Jupp Richtig, wo ist Wolf, Wolf Oh, ich helf mir mal aus Danke Den geht sich gut Jupp Probier mal die Kippen Entweder man hat's oder man hat's nicht Genauer, sehr schön Ja, ja, ja Wohl Wohl Wohl, 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 Wohl Wohl, 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 Wohl ja das war entspannt streifschuss verwundert ja Reisers bis zum Beispiel streifschuss die Gäste aber hier losgelegt zu jaja weil sagt er für gar nichts sehr gut war das ist natürlich die Bäume jetzt also in der Deckung ja ja doch du siehst den, komm hey, macht nichts, weiter geht's oh no, du kannst mich auch sagen ach, der ist Erfahrung geworden, sehr schön so, Quanti hol, den MG schützen ja, erstmal den MG schützen danke okay, kritisch, vielleicht hat er keine Aktionspunkte mehr geben ab wo ist Ganti, wer kann Ganti, das ist wo Meto, hast du einen Verbandskasten ja, du verbindest mal Quanti ja ja Kondi soll ihn nochmal probieren freischuss durch die Schulter, tot dieser Feind ist tot ja Skali, komm oh, schön nochmal, da war die Panzerung ja, ja, ja der würde nicht treffen schön mit dem Garant der Freiheit auch erledigt das ist ja nicht er sagt, Rotten, Motten, alle tot okay so dann können wir mal gleich die Teams antraben lassen ach so, die anderen Teams ihr seid ja da dann looten wir mal da gab es aber ordentlich was so wir fangen mal an das ist der Trup 2 Wolf Wolf muss nachladen hast passt soweit Quanti brauchen Munition da kann Wolf ein bisschen was abgeben okay Wolf Gott, ich kann nichts mehr mitnehmen das ist doof aber dann kriegt Wolf wieder alles klick so Wohl lädt mal die Panzerbrechen danach sehr gut Skali Skali hat auch Panzerbrechen na, aber auch nicht so Hohlspitz ah nee, Hohlspitz und die Panzerbrechen Mad Dog Mad Dog hat mal nach Land er hat mir gefallen hat schon geschossen was hat er? nur 66 aber durch die Knarre halt so dann war das erstmal mit der Truppe Hammus Hammus braucht Munition welcher Trupp bist du Hammus? Druck 3 gut ähm gucken wir mal 67 gut ah das ist gut für das Maschinengewehr könnte das einer mitnehmen ja wohl wohl das ist eh ein starker Typ Gewicht 38% so dann haben wir ein bisschen Leuchtwurmunition für die G3 für die G3 für die G3 67 mal Rand was brauchst du denn du? du brauchst 67 Rand für eine Magazine das ist ein bisschen Munition so brauchen wir Medi-Packs das ist kein Schlosserset und Schnuffel kann weg Quaron-Weste hier hast du die Schützer die Schützer müssen sie auch alle haben Kevlar-Hose Quaro-Legends Spektor-Shield ok Wend ist nicht im Sektor ja gut da kann man alles verkaufen so die Rucksäcke haben wir auch weg da kriegen wir weit besser oder die Granaten haben wir auch diesmal weg so viel kann man gar nicht schmeißen die können alle weg das behalten wir das können alle weg das hat eine Mosinagant kann man verkloppen um die Ehe das ist schön oder 9 Maschinen 16 also wenn wir immer die Teile durch das ist und die Teile das kopf die knall und der weg So, Danny Danny kann auch mal nachladen Da ist alles dran, aber du kannst auch auf den Stromgriff nehmen, Danny Ja, das hast du alles Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus So, was lassen wir? Und dann hatten wir ja gesagt, wir wollen ja In allen Trupps In erster Ecke von Alma Jawohl Welcher Trupp bewegt sich nicht Trupp 2 Und Trupp 3 ist Steht auch rum, okay Abmarsch Ja, sollen alle gleichseitig ankommen Dann machen wir unseren Sicherheitsspeicherer Nicht, dass ich bin, wenn ich das abstürze Na, das kann ich mir schon eine alte Geschichte lernen Ja, boah, so sagst du es Ein paar Wichser zu viel Also 14, das soll mehr als 14 sein Wir gehen in den Sektor Am letzten Tag mal So, und jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken Es geht ja auf Schleichen Und Schleichen Ja Ihr beiden sichert hier die Ecke Ja Wo ist der, Danny? Okay So, hier können Sie natürlich überall hocken Jetzt, ne? Ja 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 Die Projekt ist gleich Ja, die anderen kommen auch runter Ja So, jetzt gehen wir mal bis dahin Ja 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 Okay Ja 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 Werser nicht Ja 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 Es kann er sich denn nicht hier Ja okay das verdächtige ist gehört das ist im Haus er braucht Luftfahrt, er den Mörser aufstellen muss und dann können wir ihn auch hier unten hinstellen und so ist ein Schleichkomponente er wird wieder die Zange, ne? wer kann Schnippschnipp machen? hab was verdächtiges gehört wer kann Schnippschnipp machen? so, gut wer kann Schnippschnipp machen? ich will ihn nicht angreifen hab was verdächtiges gehört ja jetzt muss Schnippschnipp ja dann musst du weg ja dann machst du Schnippschnipp dann machst du Schnippschnipp komm, mach Schnippschnipp das ist geil, ihr hört deutlich was vom besten, alles im Gebäude hab was verdächtiges gehört gut einmal durch dann gehen wir bis hierhin ja dann kommt von Nössendern ja jawoll Niki, du sollst dich durch die ganze Weltgeschichte drin ja dann laden wir alle einmal durch dann ist es schlimmer als ohne Munition zu schießen ja dann kommt von Nössendern dann kommt von Nössendern dann kommt von Nössendern mit der Munition hier da kann man auch klipsen ja dann kommt von Nössendern ja das verdächtige ist gehört ja 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 dann kommt von Nössendern ja 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 er wollte ich gerne hier okay aber es ist es gehört die Ecke ist safe er war es leicht weiter die es ist spannend das kann immer noch vom Westen ab was verdächtig ist gehört das kann ich gar nicht irgendwo von hier so, Aira, geh mal da hin ja Miki soll hier sichern ja 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 kann man versuchen was passiert Abbas Verdächtige ist gehört hier die Einten sichern ja 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 frage mich was das für ein Geräusch war erst mal auf ähm vordern erst mal auf Reise von Nordosten hier hier ist einer D D D D D was Reise Häuser müssen bei Deckung bringen Wir haben erstmal alle Türen offen. Das ist schon mal gut. Komm, gib ihn. Oder auch nicht. Wer hat es jetzt? Barbarati. Okay. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Maddok hat einen. Ich hab's doch nicht mehr. Laut der Unterbrechung nicht hinbekommen hier. Verdammt. So, Wolf. Wolf kann auch mal. Komm, hau ihn weg. Danke. Asche zu Asche. Jupp. So, Weiser. Du gehst stiften. Hier. Barbarati kannst du zwei hier sehen. Den kannst du besser sehen. Okay. Das war cool. Quanti, kannst du jemanden sehen? Quanti kann einsehen. Hier, ihn. Komm. Danke, Quanti. Ja. Sniper Wolf. Das war nichts. Ja, ja, ja. Du kraust in Deckung. Ja. Skali, dreh dich mal um. So, Skali kann kein Sinn mehr tun. Ja. Skali kann nicht, Ball kann nicht. Passt. Wo bist du, Danny? Danny kann rüber. Geben, also. Das müssen wir mal erzählen. So, unser Schleicher Rhinos. Ja. 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 Wollte ich mal bis in Deckung gehen. Guck mal über Kreuz. Du hast über Kreuz gucken. Gut, wenn die rauskommen, können wir auf sie schießen. Wollte ich mal behaupten? Ja. Nicht mich mal leicht hier. Ja. Und, was tun wir denn? G3 raus. Was hast du da alles dran? Alles. Ja, gut. Dann solltest du jetzt so wieder was treffen. Wir geben mal ab. Das wird nichts. So, Danny. Anti kann ich? Ja. Grenn kann. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ihr müsst sie unbedingt in Deckung. Verdammt. Ja. Okay. Fusen wegweint. Der stirbt. Fusen wegweint. Bei der Typ ist der mit dem. Barbar hat minus 7. Yep. Racer. Du kannst nix machen. Ja. Gib was? Sonst nix. Schießen weg. Ich brauche einen Kugel. Ja. Und hier würde ich mal aufheben. Ja. Na doch. Au weg. Das ist kritisch. Ja. Ja. Dann tust du nicht. Verdammt. Ja. Ja. Nein, Baby braucht ein neues Magazin. Okay. Ja. Und hier würde ich als, äh, reinfingern lassen. Schaut mal hier. Oh, ist alles voller Treibstoff. Deswegen gab es ja die Explosion. Komm, Aira. Das war nix. Ja. Project, kannst du treffen. Oh, sehr schön. Ja. Nein, kann ich machen. Komm, aus, musst du es snippen? Ja. Komm, aus, könnte ich es schießen? Ja. Hier geht nicht. Hier geht man einen Schritt vor. Hier sind noch Akte. Ja. Mal gucken, wen man mal verlieren. Mal mal Barbar retten können, die Runde. Er muss eine Runde durchhalten, dann kann er Entdeckung treten. Ja. Danke, Niki. Perfekt, Niki. So, hab ich mir das vorgestellt. So, hab ich mir das vorgestellt. Ja. Sehr schön, Pondus. Der ist erstmal keine Bedrohung. Shit. Komm, an die. Schulter. Ja. Mati kann ich. Ja. Skadi kann ich. Ja. Okay, erstmal. Ja. Deckung. Ja, 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 ja. Ball geht ein Haus. Hatte einer was verloren? Ja. Er sich halt hier? Ja. Wolf kann nichts machen. Wolf will ich hier rüber haben. Ja. So, ich will dich bis hier in Vorhaben. Ja. Bojack, will ich bis hier in Vorhaben? Ja. Ja. Bis hier in Vorhaben? Ja. Niki, ein vor. Ja. Vorne ist ein vor. Gut. Ähm... Ja, ja, ja. Bojack. Ja, ja, ja. Vulkan. Gut, kann ich. Und die... Ganz meiner Meinung. Hey, das Blut schießt schneller raus als mir, als ich's auffläcken kann. Das ist nicht gut. Das war nichts. So, Niki. Tut die den mal bitte. Danke. Danke. Okay, sie wird müssen... Hier. Wahnsinnig. So. Annie. Finde ich ihn. Aber kannst du dich selbst verbinden. Du kannst dich selbst verbinden. Find ich gut. kann sie gleich guter 98er arbeit leisten so und die hau weg oder sprengen die anlage ist es auf die stelle von quanti frisches in der ruf und aussetzen so und wir sehen 3 3 sehen wir wie viel sonst noch sein ja 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 also noch vier bingo wenn kann noch mal ein bästlein bingo schnappen hier das quali sehr gut gemacht das war ja aber auch die Saksis mein Magazin ist leer so lange es noch ja hat einer was verloren ja nicht vielleicht die Haken das ist vorher wenn ich selber nicht nichts aber sie werden sich bewegt wie viele ist es zwei sind und der unten und hier stimmt ist ausgelöscht wie entweder man hat das war schon echt knüpfe ich jetzt hier ist es ja das haben wir uns alle in der Mitte die Herren lagern eine Menge Sachen in diesem Lagerhaus hier ich bin nicht ganz sicher was ich meine ich war nie drin aber ich vermute es sind Sachen die sie für ihre Ausbildung brauchen die Schweine wir machen wir mal nicht auf so gucken also ja das war ja schon mal spannend was haben wir da guck mal die hat mir schon ein paar Scharfschutzgewehr die Gegner hier sind Schutzwesten und so'n Kram da ist nichts um das mal rein das Teil von einmal haben wir erobert hier ist nichts weiter spannendes also dann leg mal gleich den Rucksack ab legt hier mal hin mal kannst du nämlich jetzt klettern und ich will dich noch einmal wieder runter und den Rucksack kannst du wieder aufnehmen ja dann gucken wir mal kurz ob wir Beute haben und dann machen wir mal hier den Doppelwurm zu Ende ich hab's muss ja auch schneiden wie so'n blöder und dann gucken wir mal was haben wir denn jetzt hier erobert hier das kann alles weg holster können wir ein paar behalten das kann weg das kann weg nur 50 Rand Match oh das ist gut für keine 50 das kann weg für ein Granatwerfer nein er ist vor 95 oh noch ein K-98 eigentlich hier von der Waffen von der Ausrüstung hier kann weg der Raketenverbehalten war ein Werk Dragunov Rieser Licht was hat er denn was hat Maddox für für den Geschäftsschatz Meldung Dragunov genau die Ersprechtdorf kann weg genau kann man wegkauen SVT was hatten das ist es 84 39 91 90 das muss man vergleichen 84 38 77 es ist mühschwächer dann nehmen wir doch das bessere mit die Monizone die Monizone nimmt das sehr gut klack 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 haben wir noch das Läser Lichtmodul hier irgendwo ich kriege jetzt nicht da ist es dann kriegst du hier einen schönen vorausgerüstet SVT klack gefällt mir so dann hast du auch ordentlich Match Munizone und Match Munizone ist die beste speziell angefertigt um Lächer zu machen so eine Reste hast du schon klack dann kriegst du auch dann krieg ich auch Hamus auch hier für seinen 98er die Munition kann es weg kann es weg kann es weg dann Hamus braucht am besten einen Rucksack hat er hier einen Rucksack und hier so eine Tasche und hier so eine Tasche und hier so eine Tasche das ist eine Tasche gut ist kann ich jetzt decken achso ja alle klar stacken kann ich es nicht weil genau das so gefällt mir hier die Maschinenpistole holster können weg und beide noch kein holster das passt so und in einer ohne Weste irgendwie nö dann kriegst du noch einen Rucksack Scully dann kannst du ein paar andere Sachen mitnehmen aber noch irgendwie einen Rucksack wer hat noch keinen Rucksack wo ist der Weste ist auch eine Weste hier ist noch ein Rucksack du hast schon einen großen hier Hamus da kann noch ein bisschen was schleppen so hier hast du den Westen das kann alles weg das Nachsicht wird dann auch weg das Z hat nochmal auch alle guck mal da krieg ich hier nochmal klack ein bisschen Munition da kann auch alles weg da braucht man keinen weg Sandtasche kann man behalten Kupferdraht Kobi Benzin das ist ein bisschen übersichtlicher gut jetzt müssen wir noch die Leute durchgehen ich organisiere nochmal schnell alles und dann machen wir Schluss wir haben hier noch ein bisschen Munition passt passt nur noch Munition passt 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 du brauchst noch einen Clip das sind Sandtasche mitnehmen das ist noch eine Sandtasche also von nö so schön dass Mg 3 auch ist wir nehmen es jetzt raus das bringt uns leider kein bonus mehr das ist so überbelastet das ist gut die antie-infantrie- munition so hat er auch schön so ein uhr du hast auch noch ist auch noch gut bei das was wir hier auch das auch der mörser wirklich nachgeladen ist besser das ist der gleiche passiert mit dem Räder so kann er jetzt noch den anderen Panzer V schleppen aber da ist er wirklich überbelastet gut das ist bei dir ist das gut so Quanti muss ich mal nachladen ah Quanti hätte den Rucksack gebraucht gut ja guck mal ich krieg noch einmal das ja guck mal ich krieg noch einmal das ja guck mal ich muss ja auch mitnehmen genau hier seh ja vollen Satz Munition Ball war sehr gut aus Ball hat mich voll verschossen dann kriegt er das volle Magazin dann kriegt er noch eins mit ja Mg3 so kann man verkaufen dabei noch Luft dann haben wir noch einen Raketenwerfer wie sieht's hier aus wie sieht's hier aus das ist gut Munition haste also anders antaglich mit jemandem Mediapack das hätte nichts zu tun ähm das ist seine Munition Mediapack Romus hat auch seine Munition passt so äh hier muss mal die Leute zu dass er mit den Trupps passt also ganz geht's gut 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 geht gut gut geht gut aber war muss patient machen aber muss patient machen laser muss patient machen konnte muss patient machen weil muss patient machen so du kannst patient so wer kann Doktor machen eigentlich ist Danny doch mal ein Arzt Danny aber auch Verbandzeug ok haben wir ja bei so ist es eigentlich irgendeine Art auch ja schönen großen Sack Verbandzeug so wer ist der andere mit das ist der Mediziner den wir noch haben äh 91 kann Gwent noch Doktor machen Gwent kann auch einen Doktor machen wir haben auch bloß Verbandzeug so irgendjemanden abnehmen und bei Spinnigi und dann machen wir hier nochmal einen zweiten Doktor und dann lassen wir mal laufen ich bin soweit fertig so Aira Aira ab in den Trupp 1 und Bull in den Trupp 2 lassen wir laufen meine Aufgabe ist erfüllt so Granti ist auch wieder fit kommt in den Trupp 2 so Gott hat kein Erste-Hilfe-Kasten mehr da hat das andere mal ändern hat mir noch einen rum zu liegen ne die haben aber auch zum Beispiel keinen kann man noch einen zweiten Doktor machen kommen dann machen wir noch dann machen wir noch ähm Bojack zum Doktor du sollst auch noch mal einen Doktor machen das ein bisschen schneller geht hier so Aira ist wieder fit dann kann er in den Trupp 2 wo reingehört fix und fertig so Aira ist wieder fit aber es auch aber kann ein paar Sachen reparieren und dann ist noch der hier fit Wind und Schuhe ist ok erledigt was jetzt sag mir wie es weitergeht so dann sind unsere Ärzte die eigentlich der Arzt eigentlich der Arzt sein soll ist wieder da wo er hingehört so Danny Trupp 3 so Babadins Trupp 1 so alle wieder da wo sie hingehören alle fit ja war es war ein bisschen holprig heute chemische Truppen ah ja also ich würde sagen wo ist die Mine ach hier ist schon die Mine dann würde ich sagen dass wir nächste Runde nach Süden vorrücken paar Eimer und dann versuchen halt so langsam die Stadt so weit einzunehmen dass wir Melizen ausbilden können um uns festzusetzen ansonsten sieht es ja überall erstmal gut aus und dann kommen wir hier auch weiter so liebe Bürger und Scharlatane das war es erstmal ich mache mich an den Schneidetisch die auch w im